1,1 Millionen Rentner erhalten die Grundrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Freitag, den 13. Januar 2023, teilte der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil von der SPD, mit, dass 1,1 Millionen Menschen in Deutschland die Grundrente erhalten und zwar im Schnitt 86 Euro monatlich mehr Rente. 1,1 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die die Grundrente erhalten, das sind rund 200.000 weniger als die Bundesregierung bei der Einführung der Grundrente prognostiziert hat. Hubertus Heil sagt, dass damit die Lebensleistung, also mit der Grundrente, die Lebensleistung der Menschen honoriert wird und dass 86 Euro im Schnitt pro Monat mehr Rente gezahlt werden. Die Kosten für die Grundrente wurden damals im Grundrentengesetzentwurf auf ca. 1,3 Milliarden Euro pro Jahr veranschlagt. Der Bundeszuschuss wird ab dem Jahr 2021 dauerhaft bei 1,4 Milliarden Euro nur für die Grundrente betragen. Wie die ganze Sache mit der Grundrente dann weitergeht in der Zukunft, ist aus meiner Sicht noch völlig unklar. Jetzt kommen sozusagen die laufenden Rentner und Rentnerinnen dazu, die ihren Grundrentenanspruch geprüft haben wollen. Wir haben ja in der Kanzlei sehr, sehr viele Anfragen zu diesem Thema erhalten, zum Thema Grundrente, wann denn endlich die Bescheide kommen und so weiter. Also bis zum 31.12.2022 ist da schon einiges passiert. Anspruch auf die Grundrente hat, wer mindestens 33 Jahre Grundrentenzeite nachweisen kann. Das heißt also 396 Kalendermonate an entsprechenden anrechenbaren rentenrechtlichen Zeiten, die auch als Grundrentenzeiten nach § 76g SGB VI bewertet werden können. Die maximale Höhe der Grundrente oder der Grundrentenzeiten sind 420 Kalendermonate, also 35 Jahre. Und Anspruch auf diese Grundrente in bestimmten Stufen hat, wer mindestens 30% des Durchschnittsverdienstes bis 80% des Durchschnittsverdienstes, so kann man es grob sagen, bezogen auf die Grundrentenbewertungszeiten erwirtschaftet hat. Ganz wichtig für Sie auch nochmal zur Erinnerung, Sie haben alle, die Interesse haben, ob Sie einen Grundrentenanspruch haben, also ob Sie wirklich diesen Grundrente auch bekommen können, ab dem 1. Januar 2023 Anspruch auf die Prüfung, ob bei Ihnen ein Anspruch auf die Grundrente, das heißt also Zuschlag an zusätzlichen Entgeltpunkten aus langjähriger Versicherung vorliegt. Das steht in § 307g SGB VI so geschrieben. Also, 1,1 Millionen Rentnerinnen und Rentner haben Grundrente erhalten, keine schlechte Sache, aber wir hoffen, dass noch viel mehr Menschen dazukommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.